Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Aktuelles aus der Philipsruher Allee. Mein Name ist Benjamin Hofmann und ich bin heute für Sie im Gespräch mit meinem Kollegen Christoph Grocho. Er ist bei uns in der Sparkasse Hanau verantwortlich für die Beratung von Stiftungen und das in allen Fragen der Vermögensanlage. Und was liegt da näher als die Fragestellung, welche Parallelen zum Privatanleger gibt es und welche Erkenntnisse können wir daraus ziehen. Und Christoph, bevor wir uns jetzt hier näher mit Kartoffeln und Dynamit beschäftigen, was würdest du sagen, was ist denn so bezeichnend für das Anlegerprofil einer Stiftung im Vergleich zu uns Privatanlegern? Ja, während Privatanleger frei über ihr Vermögen verfügen können, sind die Anforderungen an das Stiftungsvermögen in den jeweiligen Stiftungsgesetzen der Bundesländer reglementiert. Eine Stiftung ist eine Einrichtung, welche mit Hilfe des Vermögens einen vom Stifter festgelegten Stiftungszweck, zum Beispiel die Förderung einer sozialen Einrichtung, verfolgt. Im Kern steckt der Grundgedanke, dass das Grundvermögen der Stiftung auf ewig unkapitalerhaltend angelegt wird und ausschließlich die Erträge dem Stiftungszweck zugeführt werden. Ja, Christoph, wie hat sich denn aus deiner Sicht so das Management von Kapitalanlagen bei Stiftungen so in den letzten zehn Jahren verändert? Gab es aus deiner Sicht überhaupt Veränderungen auf dem Gebiet? Ja, die Beratung, speziell von gemeinnützigen Stiftungen, umfasst in den ersten Jahren meiner Beratungstätigkeit überwiegend die Wiederanlage von Fälligkeiten aus Zinsanlagen in neue Zinsanlagen. Eine durchaus charmante Vorgehensweise, welche aber an Grenzen gestoßen ist, denn in diesem Jahrzehnt hat sich nicht nur die Anlegerkultur, sondern auch das Zinsniveau grundlegend verändert. Aber eines, das war damals auch schon deutlich erkennbar, und zwar der langfristige Trendfallende Renditen. Ja, du hast uns dazu ja mal eine Grafik mitgebracht, nämlich zu den historischen Renditeentwicklungen in dem letzten Jahrzehnt, wenn du uns das noch mal kurz erläutern würdest. Ja, und zwar diese Grafik lässt sehr gut erkennen den Wandel vom risikolosen Zins zum zinslosen Risiko. Und das ist eben ein langer Trend, welcher bereits seinen Ursprung in den 80er-Jahren hat. Und diese Entwicklung hat bei Stiftungen zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Kapitalanlagen und eben auch mit der damit verbundenen Frage geführt, sind wir mit dem Portfolio gut aufgestellt? Ich würde sagen, quasi eine Art Disruption des Anlegerverhaltens, denn ein Fazit ist, Aktien sind für Stiftungen heute längst kein Tabu mehr. Und der Grund ist aber eben nicht nur eine Verknappung des Angebots an klassischen Zinsanlagen, sondern auch eine Überzeugung, dass es mit nur einer Anlageklasse schwierig ist, nicht nur einen nominellen, sondern auch einen realen Kapitalertrag erzielen zu können. Ja, deinen letzten Satz, den würde ich ganz gerne dazu noch mal aufgreifen. Du hast ja immer eine ganz schöne Anekdote, die du da zitierst, die uns so ein Stück weit diese Problematik einfach noch mal verdeutlichen soll. Ja, ich erzähle gerne vom Nobelpreis beziehungsweise von der Nobelstiftung. Alfred Nobel ist Namensgeber des Nobelpreises und war Erfinder des Dynamids. Und er sorgte eben nicht nur an dieser Stelle, sondern auch an anderer Stelle für reichlich Zündstoff. Denn Ziel ist es, aus den Erträgen der Stiftung die Preisgelder zu finanzieren. Und die über lange Zeit relativ einseitige Anlagestrategie in schwedische Staatsanleihen führte über die Zeit zu einem Verfall der Leistungsfähigkeit oder, ja, lass es mich anders formulieren, die Stiftung lief Gefahr, nur noch einen sehr überschaubaren Preis ausloben zu können. Und erst ein Wechsel der Portfoliostruktur in den 50er Jahren und die damit einhergehende Beimischung von Sachwerten, also Immobilien und Aktien, führte auch auf der Ertragsseite zu einer Trendwende. Ja, ist denn die Veränderung der Kapitalstruktur jetzt bei Stiftungen in deinen Augen ein Einzelfall oder kann man da mehr beobachten? Ja, zum Glück nicht. Studien und Umfragen zeigen im Allgemeinen einen Trend zur Veränderung der Kapitalanlagenstruktur hin zu einer deutlich höheren Beimischung von Sachwerten, eben abgebildet durch Aktien und Immobilien. Beispielsweise verfügt die Nobelstiftung heute über eine Aktienquote von 50 Prozent. Und so zeigen Analysen von Stiftungsvermögen, dass es aber nicht nur die größten Stiftungen sind, welche einen Renditevorteil erzielen, sondern auch jene mit guten Kenntnissen in der Vermögensanlage und der Bereitschaft für Veränderungen. Und diesen Veränderungsprozess beobachten wir ebenso in der heutigen Anlageberatung unserer Privatkunden. Ja, diesen Veränderungsprozess, daran würde ich ganz gerne nochmal anknüpfen. Wie steht es jetzt hier um das Thema des Kapitalerhalts? Weil das steht ja jetzt schon dann auch ein Stück weit, könnte ich mir vorstellen, im Fokus bei dem einen oder anderen. Ja, Kapitalerhalt bedeutet nicht ausschließlich immer von vornherein eine 100-prozentige Kapitalgarantie. Wir verstehen darunter, dass eben nur jene Vermögensbestandteile in schwankungsstärkere Anlagen, wie beispielsweise Aktien, investiert werden dürfen, welche zum Beispiel auf mittel- bis langfristige Sicht gehalten werden können. Daher ist es sehr wichtig, sein ganz persönliches Anlegerprofil zu definieren. Man muss dazu sagen, Stiftungen sind auf Ewigkeit ausgerichtet. Die Frage nach dem geeigneten Anlagehorizont spielt bei Privatanlegern eine bedeutsame Rolle. Und hier gilt, je länger mein Anlagehorizont und je höher meine Risikobereitschaft und Risikotragfähigkeit sind, desto höher kann die Gewichtung von Sachwerten erfolgen. Und weiterhin empfehlen wir, wie immer, grundsätzlich eine breite Streuung des Vermögens. Und wenn ich für die genannten Dinge ein Verständnis entwickle, bin ich auch als Anleger in diesen Anlageklassen sehr gut aufgehoben. Ja, also aus deiner Sicht ein klares Ja für Sachwerte? Ein ganz klares Ja für Sachwerte. Ich würde jetzt ganz gern mit dir nochmal auf ein anderes Thema einsteigen, und zwar das Thema Inflation. Das wird ja auch viel diskutiert aktuell. Wie würdest du denn das Thema Kaufkraftverlust aus aktueller Sicht, aber auch langfristig bewerten? Ja, Inflation ist ein gerne unterschätztes Risiko. Ich möchte mich aber ausdrücklich nicht an Spekulationen beteiligen, in denen es um die große Enteignung oder Hyperinflation geht. Ich möchte das gerne viel lieber unseren Zuschauerinnen und Zuschauern anhand von drei Punkten versachlichen und greifbar machen. Erstens, die Inflationsrate betrug in 2019 rund 1,4 Prozent und befand sich aufgrund der gefallenen Energiepreise zuletzt auf einem niedrigen Niveau. Corona-bedingt erwarten wir für 2020 eine Inflationsrate von 1 Prozent. Das ist aber nur die aktuelle Sicht. Gerne würde ich für lieber mal auf den mittel- bis langfristigen Blick gehen, denn langfristig strebt die Europäische Zentralbank eine nachhaltige Preisniveaustabilität von 2 Prozent an. Nehmen wir einfach mal an, das Ziel würde erreicht und wir haben über ein Jahrzehnt einen jährlichen Kaufkraftverlust von 2 Prozent. Ich denke, es ist selbsterklärend, welche Kaufkraft ich mit 100 Euro heute, morgen oder auch in zehn Jahren besitze. Und drittens, das ist mein Kartoffelbeispiel. Seit 2002 ist der Preis von einem Kilogramm Kartoffeln um circa 300 Prozent gestiegen. Mein Kartoffelbeispiel ist dabei nur eines von vielen und damit möchte ich verdeutlichen und sensibilisieren, dass Inflation auch etwas ganz Individuelles sein kann und sich jeder selbst dazu einmal Gedanken machen sollte. Inflation beginnt da bereits am Frühstückstisch und im Ergebnis erfordert eine Inflationsrate von rund 2 Prozent bereits ein Anlageergebnis von rund 3 Prozent, um nach Steuern und Inflation einen realen Vermögenserhalt zu erzielen. Und ist beispielsweise eine Stiftung auf lange Sicht nicht in der Lage, einen Inflationsausgleich zu erzielen, gefährdet das langfristig den Stiftungszweck und damit auch ihren wertvollen gesellschaftlichen Beitrag. Und gleiches gilt im übertragenen Sinne für die Kaufkraft im Privatvermögen. Ja, abschließend würde uns natürlich jetzt noch interessieren, wie du bei der Beratung oder in der Beratung deiner Stiftung auf diese Herausforderungen organisatorisch reagiert hast. Weil wir haben im Hinterkopf, es spielen ja auch oftmals gesetzliche Vorgaben hier eine Rolle. Wie hast du dich da aufgestellt? Ja, die vergangenen zehn Jahre waren sehr geprägt von einem intensiven Austausch mit den Stiftungsgremien. Meine Hauptaufgabe besteht darin, eben die Entscheider thematisch abzuholen und gemeinsam mit ihnen werthaltige und eben auch transparente Entscheidungsprozesse zu installieren. Wir unterstützen Stiftungsvorstände bei der Entwicklung bis zur Umsetzung geeigneter Anlagestrategien und das in einem kontinuierlichen Betreuungsprozess. Und einen solchen bewährten Investmentprozess haben wir auch in der Privatkundenberatung der Sparkasse Hanau erfolgreich installiert. Auch hier liegt meines Erachtens die große Gemeinsamkeit von Stiftungen im Sinne institutioneller Kunden und Privatanlegern. Und wir sind dabei der Auffassung, dass wir den gegenwärtigen, aber auch künftigen Herausforderungen nur auf diesem Wege angemessen begegnen können. Und ein regelmäßiger Austausch, wie wir ihnen in unseren Strategie- und Depotgesprächen leben, ist die Mindestvoraussetzung für erfolgreiches Investieren. Letztlich geht es ja auch darum, die Komplexität an den Kapitalmärkten zu entflechten, Lösungen aufzuzeigen und nicht das Spiel mit der Angst zu betreiben. Ja, da haben wir doch schon ein schönes Schlusswort von dir, wie ich persönlich finde. Zusammenfassend, welche Botschaft würdest du denn jetzt unseren Anlegerinnen und Anlegern gerne so mit auf den Weg geben? Ja, meine Tipps für Sie. Das eigene Anlageverhalten immer wieder kritisch hinterfragen und das persönliche Anlegerprofil ermitteln. Die Inflation bitte nicht unterschätzen. Es ist eine Gefahr für Ihr Vermögen. Die Sachwertequote angemessen und schrittweise erhöhen. Und das gemeinsame Strategiegespräch mit uns, wie wir es in der vergangenen Folge vorgestellt haben, bietet dafür den geeigneten Rahmen. Ja, dem möchte ich mich gerne anschließen. Vielen Dank, Christoph, dass du uns heute zur Verfügung gestanden hast. Ja, und wir freuen uns auf den gemeinsamen Austausch weiterhin mit Ihnen und wünschen Ihnen auch eine weiterhin gesunde Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.